Nö, schon beleidigt. Ich fand das so geil, du hättest es sehen müssen, wie du mir voll in die Flinte reingelaufen bist, weil du nichts Böses gedacht hast. So, jetzt geht's ab, Leute. Ich glaube, es sagt, also wenn dein Mate tot ist, kannst du deinem anderen Mate noch zugucken. Ey, wenn du tot bist, kannst du deinem Mate zugucken. Die Schrotzen sind hier auch so op, und der hat eine. Und der schießt mir ein Pfeil ins Gesicht. Guck mal, mein Hinterkopf. Und nochmal, ja. Ja, nichts, danke. Spieler! Oh, fuck! Er hat mich gesehen. Wo? Wo? Wo denn? Direkt vor mir. Am Auto, an dem Auto, wo du gesehen hast. Alter, du hast oben einen Kompass. Zwei Spieler, äh, wo? Alter, er hat mich getroffen. Habe ich nicht Verwandtszeug mitgenommen? Fuck! Die sind hier drüben. Oh. Ah, ich hab ihn zwei jetzt erst nicht down. Die sind direkt am Haus schon, in dem Haus, in dem großen neben dir. Holy shit. Down. Deine Angaben wieder? Wo? Da drüben, Alter, ich... Ich muss ja nicht, wo ein Kompass ist, man. Oben! Ich hab nur da, in dem kleinen weißen, äh, Häuschen da vorne, da müsst ihr jetzt sein, an den... Da! Hinter dem... Da ist ein Auto, ach, da ist das Auto, okay. An dem Baum, links neben dem Häuschen, da tanzt einer, wo? Wieso ist denn die Grafik so, was sie... Ab, komm, wir reiten nochmal so hin. Der durfte uns jetzt nicht sehen. Hinter dem Häuschen, ne? Aber die zwei rechts müssen auch noch irgendwo gammeln. Es sei denn, er hat sich beide erwischt. Auto, Auto, er guckt, er ist am Auto, er guckt weg von uns. Kommen die Nullmer von hinten? Assi! Geh weg! Du bist im Schussbereich! Oh Gott! Nein, der hat mich! Hab ihn! Du hast ihn, oder? Pass auf! Da, wo der hinguckt, da muss einer gewesen sein. Wenn ich sag renn, dann renn! Nice! Jo! Beim ersten Spielort. Ja, ich bin tot. Das sind die zwei. Die sind dem besten. Mein Gott. Weil du an mir nicht hinterher fliegen kannst. Ich war doch bei dir. Warst du nicht? Du bist drei Häuserblöcke weiter. Wir müssen bei Sammeln bleiben. Ich bin nicht in die Richtung gerannt. Zapf! Wo sind me... ! Hu! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020